Musik Alba, hast du schon gezählt, wie viele Medaillen es jetzt sind nach dem Vierkampf? Nein, nicht wirklich. Hast du im Leben damit gerechnet, dass das so gut läuft? Nein. Also ich bin ohne wirklich welche Erwartungen da reingegangen und habe einfach nur gehofft, dass es gut wird. Musik 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 Musik